Hallo, wie geht's euch? Alles klar? So, jetzt kommt der Schöne, natürlich ein ganz schöner Zorn. Also, bitteschön, dann springen wir euch mal vor, ja? Also, bitteschön. Und jetzt geht's los, bitteschön, mit dem Raben. Ja, genau. So, los geht's. Bitteschön. So, ja, okay. So, gut, was machen wir denn Schönes? Mal gucken. Achso, mal gucken, ja? So, und was machst du Schönes? Ich mach Langeweile. Was, was? Ich hab Langeweile. Hast du mich nicht verstanden? Na doch, ich hab nicht verstanden. Aber was meinst du mit Langeweile? Ich mach immer Trommel, ich trommel immer hier. So, trommel ich, ja. Ja, ist ja gut jetzt. Meine Güte, du brauchst nicht trommeln, ich trommel nicht gleich, was? So, na, pass auf. Was machst du denn für den Song? Ey, pass auf. Ich sag dir den Song. Also, jetzt mach ich einen schönen Song. Was denn? Wir pass auf. Also, jetzt, erzähl mal nochmal. Wir pass auf. Also, na, ist jetzt mal gut? Na, meine Güte. Hallo, du da, Mensch, erzähl doch mal. Ja, pass auf. Also, nochmal. Ich mach ein, na, erzähl doch mal. Ja, ja, Mensch, so nervös, Mensch. Also, ich möchte gerne, was? Ich mach doch mal erzählen. Ach ja. Also, ich mach jetzt einen Sauna-Blues. Sauna-Blues? Ach, du Backe. Dann noch eine Sauna-Blues. Na gut. Dann viel Spaß bei den Sauna-Blues. Ja. Gut, okay. So geht's los. Ja. So, okay. Also, ja, gut. Prima. Also, dann geht's wieder los. Ja. Gut. Also, ein Sauna-Blues. Bitteschön. Alles klar. Bitte sehr. Tommy Joe, der Weihnacht-Blues. Ja. So. Das war der Weihnacht-Blues. Äh, warte. So, jetzt. So, jetzt kommt der Weihnacht-Blues. So, bitteschön. Also, los geht's, ja. Also, Weihnacht-Blues. Äh, nee, äh, der, äh. Ha, der. Okay. Ja, gut. Los geht's. Äh, los. Ich bin in der Sauna, ja, und das ist doch wunderbar. Ich bin in der Sauna, ja, ja, ich bin in der Sauna, ja. Sauna hier, Sauna da, Sauna hier, wir sind alle in der Sauna, yeah. Da geht mir die Gitarre kaputt, verdammt normal. Das Keyboard heute auch, das darf doch gar nicht sein. Und dann sind wir nur in der Sauna, yeah. Na, ho! Da, ho! Ja, gut. Und dann sind wir nur in der Sauna, ja. Ho! Untertitelung des ZDF, 2020